Habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit für wirklich brennend Wichtiges? Wie du bestimmt schon bemerkt hast, war die Corona-Blödemie der bisher größte Angriff auf unsere Freiheit und Demokratie. Aber das war nur Kinderfasching im Verhältnis zu dem, was schon wieder geplant und vorbereitet ist. Dabei ist der WHO-Plandemie-Vertrag nur eines von vielen Puzzleteilchen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet uns die Verschärfung des gegenwärtigen Multikrisenszenarios, also ein Paket aus Zwangsmaßnahmen in den 3K-Bereichen, sprich Krankheit, Krieg und Klima. Wie sich das entwickeln könnte und wie du dich davor schützen kannst, erfährst du in diesem Video sowie in den Büchern Corona-Diktatur und Freiheit. Schau rein!